hi leute desanu hier massive hat eben auf twitter gepostet dass star wars outlaws gold gegangen ist also das bedeutet quasi dass das spiel an sich komplett fertig ist und quasi gedruckt werden kann gepresst werden kann auf die blu rays etc pp bedeutet sie werden höchstwahrscheinlich noch an dem day one patch arbeiten mittlerweile wissen wir ganz genau so gut wie ich wir bekommen irgendwie immer ein day one patch weil sie eigentlich nicht früh genug fertig werden aber dann das spiel doch vorher gold ist und wir kriegen trotzdem immer ein patch ich meine ist in ordnung wenn dann das qualitätsmanagement noch über einen monat fortgeführt wird und dann noch ein großer patch kommt dann ist das absolut in ordnung was das ganze natürlich bedeutet ist dass jetzt sich massive vollkommen auf die vision drei konzentrieren kann die vision drei für alle dies nicht wissen wurde angekündigt mit einer der erfolgreichsten ubisoft spiele generell der division 1 und der division 2 und mit der vision 3 kommt dann jetzt von massive der dritte teil des looter shooters und dadurch dass jetzt star wars outlaws endlich gold ist und natürlich das avatar game welches noch zwei story dlcs per season pass bekommt das auch schon fertig ist kann wir jetzt gut davon ausgehen dass voller fokus auf die vision 3 liegt ich bin sehr gespannt ich hoffe mal als möglich eventuell noch was zu hören in bezug auf die vision 3 und freue mich natürlich jetzt umso mehr auf den 30 august weil das kann natürlich auch bedeuten dass es ein ganz sauberer release wird dass so wenig bugs wie möglich drin sind was nicht immer nicht immer der fall ist besonders bei massive games deswegen wir werden sehen so das war es von mir leute vielen dank fürs zuschauen und ich sag bis zum nächsten mal macht's gut bei bis zum nächsten mal